Jetzt sind sie alle pleite. Die Bank macht selbst pleite. Wissen Sie, wo sind wir eigentlich? Ich sage mal, das kann es ja nicht sein. Und ich sage mal, wenn ich höre, dass Credit Suisse, ich sage mal, das muss man sich nur mal vorstellen. Und wir sind ja angeblich in einem Rechtsstaat, dass Credit Suisse angeblich 10 Milliarden Verluste gemacht hat in den letzten 10 Jahren oder 7 oder 10 und 30 Milliarden Boni ausgezahlt hat. Dann frage ich mich, was ist eigentlich los in unserem Rechtsstaat? Ich habe eine EK und hafte für alles, was bei uns ist, ob ich schuldig bin oder nicht. Wenn meine Lieferanten schlecht liefern, das spielt keine Rolle. Ich muss für jede Rechnung gerade stehen mit meinem Privatvermögen. Und bevor Sie als Steuerzahler dafür herhalten müssen, habe ich nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf. Und bezahle als EK die gleiche Steuer wie jeder, der in der GmbH sagt, solange es gut geht, kassiere ich und wenn es schlecht geht, schmeiße ich hin. Das hat mit Recht nichts mehr zu tun, wenn Sie eine Versicherung abschließen und Vollkasko und Selbstbeteiligung. Und die Prämie ist gleich, macht jeder Vollkasko. Und die Prämie ist gleich, wenn Sie eine Versicherung abschließen. Und der Prämie ist gleich, wenn ich ein Schmerzikon ab und Finger schreie.